Hey Matthias, ich hätte mal eine Frage, wie funktioniert eigentlich dies? Und hey Matthias, kannst du mal schreiben, wie das funktioniert und, 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 und? Und ich habe ganz viele Fragen beantwortet an unsere Patienten. Wir betreuen über 10.000 Patienten. Wir haben an unseren Patienten mit unserer Praxis, die Daniela und ich schon seit über 12 Jahren leiten und führen, haben wir über 20.000 Testungen durchgeführt. Und entsprechend groß ist natürlich das Potenzial an Fragen. Gleichzeitig haben wir unseren genial laufenden Instagram-Kanal, wo ihr ganz, ganz viel fundiertes Wissen auch bekommt. Wir haben die Kurse, die wir anbieten. Wir haben unsere Praxis Family Akademie, wo ihr euch kostenlos einloggen könnt. Und weil wir so viele Fragen kriegen, haben wir gesagt, hey, wir machen einen YouTube-Kanal, wo wir einfach diese Fragen beantworten. Die wichtigsten, häufig gestellten Fragen werden hier beantwortet. Wenn du einen Vorschlag hast für ein Thema, für eine Frage, schreib es uns einfach. Dann werden wir gucken, dass wir auch dazu eine Antwort machen in Form eines Videos. Das Ziel ist, dass wir so viel wie möglich Leute erreichen und in die Lage versetzen, eigenes Wissen zu erlangen, gutes, fundiertes, funktionierendes Wissen zu bekommen und im Grunde genommen dein eigener Arzt zu werden. Also liebe Grüße, ciao und viel Spaß bei den Videos. und viel Spaß bei den Videos. und viel Spaß bei den Videos.